Hallo und willkommen zurück bei Trumpet World. Wir haben den Jahrestag des 7. Oktober und des Terroranschlags erreicht, den die Hamas letztes Jahr auf Israel verübt hat. Seitdem hat sich in Israel, im weiteren Nahen Osten und in der Welt insgesamt viel verändert. Wo sind wir in einem Jahr des Terrorismus, des Krieges, neuer Allianzen und zerbrechender alter Partnerschaften angekommen? Für die heutige Folge haben wir zwei Interviews mit zwei Persönlichkeiten vorbereitet, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln berichten, wie sich der Krieg auf den Nahen Osten und die Welt als Ganzes ausgewirkt hat. Unser erstes Interview führen wir heute mit Talor Cohen Montemayor, der Geschäftsführerin und Gründerin von CyberWell, einem israelischen Unternehmen, das für einige der größten Social-Media-Unternehmen im Internet Inhalte auf Antisemitismus weltweit analysiert. Talor, danke, dass Sie hier sind. Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht damit beginnen könnten, was Ihre Geschichte mit CyberWell ist, was Sie tun und was die Organisation vor dem 7. Oktober gemacht hat. CyberWell ist die allererste offene Datenbank für Online-Antisemitismus. Wir haben im Mai 2022 die erste offene Datenbank für Online-Antisemitismus ins Leben gerufen, um ein klares Bild vom Stand des Judenhasses im Internet zu geben, aber mit dem zusätzlichen Vorteil, dass wir diese Daten durch die Brille der Einhaltung digitaler Richtlinien betrachten. Wir betrachten das Ganze also unter dem Gesichtspunkt, wie wir soziale Medienplattformen in die Lage versetzen können, ihre eigenen Regeln in Bezug auf Online-Antisemitismus besser durchzusetzen. Und ich sage gerne, dass unser erster Konzeptnachweis nach unserem Start der Vorfall mit Kanye West war, der zu dieser Zeit das schlimmste Problem mit dem Online-Antisemitismus darstellte. Der von Prominenten angeführte Online-Antisemitismus führte zu einem erheblichen Anstieg verschiedener antisemitischer Äußerungen im Internet. Und wir waren in der Lage, die sozialen Medienplattformen mit Echtzeitwarnungen darüber zu versorgen, wie dieser spezielle Vorfall verschiedene antisemitische Trends auf ihren Plattformen auslöste. Seitdem sind wir ein vertrauenswürdiger Partner der wichtigsten Social-Media-Plattformen, darunter Meta, das Facebook und Instagram abdeckt, und Threads, das auch TikTok einschließt. Wir geben also nicht nur Echtzeitwarnungen zum Stand des Online-Antisemitismus, der in letzter Zeit leider ein heißes Eisen ist, sondern wir geben auch spezifische Analysen dazu ab, wie die Regeln der Social-Media-Plattformen besser durchgesetzt werden können. Ich gehe davon aus, dass der Großteil dieses Rufs vor Oktober letzten Jahres ziemlich solide war. Es gab eine Menge gesunder Dialoge, und es gab nicht viele Interessenkonflikte bei der Arbeit von CyberWell. Nun, der Zustand des Online-Antisemitismus ist eigentlich schon seit Jahren ein Thema. Der Grund, warum ich CyberWell gegründet habe, war, dass ich in den Bereichen Business Intelligence und Open Source Intelligence gearbeitet habe und eine deutliche Verlagerung von zutiefst antisemitischen Verschwörungstheorien, Memes und Bildern, aber auch von wirklich hasserfüllten Inhalten aus den dunklen Ecken des Internets auf unsere normalen, alltäglichen Social-Media-Plattformen beobachten konnte. Und der Unterschied zwischen diesen dunklen Ecken des Internets und den Mainstream-Plattformen ist natürlich das Publikum. Die großen Social-Media-Plattformen machen mehr als die Hälfte der weltweiten Internetaktivitäten aus. Und als Student der Geschichte und des Holocausts habe ich dies gesehen und wurde sehr an die Art und Weise erinnert, wie die Massenmedien mobilisiert wurden, um den Antisemitismus zu verbreiten, bevor der Holocaust im Dritten Reich stattfand. Es gibt keine Gesellschaft, die sich an einem weit verbreiteten, gewalttätigen Antisemitismus beteiligen kann, ohne vorher mit der Idee der Verschwörungstheorie des Judenhasses vertraut gemacht worden zu sein. Und so habe ich gesehen, dass die großen Social-Media-Plattformen tatsächlich in großer Gefahr sind, genau das zu tun, nämlich Online-Antisemitismus für Millionen und Abermillionen von Menschen zu verbreiten. Ich bin also auch Jurist und dachte mir, was wäre, wenn wir eine technologische Lösung und diese zusätzliche Ebene der Einhaltung digitaler Richtlinien in einer Sache kombinieren würden? Und so begann CyberWell. Leider war es der richtige Ort und die richtige Zeit. Denn seit dem Start von CyberWell haben wir einen enormen Anstieg des Online-Antisemitismus erlebt. Nach dem 7. Oktober, den ich als die erfolgreichste Entführung unserer Social-Media-Plattformen durch eine Terrorgruppe bezeichne, wird CyberWell einen Anstieg von 86 Prozent verzeichnen. In den drei Wochen nach dem Angriff hat sich der Online-Antisemitismus fast verdoppelt. Und das Besondere an den Inhalten, die zu dieser Zeit den Online-Raum überschwemmten, war, dass sie deutlich gewalttätiger waren. Gewaltaufrufe, einschließlich Aufrufen an junge Muslime, über die Grenze nach Israel zu kommen und zu den Waffen zu greifen, um so viele Juden wie möglich zu töten. Und diese Art von Flut antisemitischer Inhalte im Internet ist nun direkt auf der Straße zu spüren. In den Gemeinden, in denen Juden leben, in öffentlichen Einrichtungen. Aber was noch wichtiger ist? Ich glaube nicht, dass wir uns ausreichend darüber unterhalten haben, welche Rolle die sozialen Medien beim Anheizen dieser Gewalt gegen unsere Gemeinschaft spielen. Und wir sehen, dass das Ausmaß des gewalttätigen Antisemitismus im Internet immer noch höher ist als vor dem 7. Oktober. Und, was noch wichtiger ist, dass der Diskurs online eine deutlich feindseligere Wendung gegen Juden genommen hat. Ja. Wenn wir also zum 7. Oktober zurückgehen, ist das natürlich der Zeitpunkt, an dem wir den einjährigen Jahrestag des Anschlags aufzeichnen. Wir haben jetzt ein viel klareres Bild mit verschiedenen Informationen darüber, was die Hamas vorhatte und wie einige der Begleitumstände aussahen. Wie Sie bereits erwähnt haben, wussten viele Menschen in den ersten Tagen nach dem Anschlag nicht wirklich, was vor sich ging und was das alles bedeutete. Und ich bin mir sicher, dass sich das auch in den Berichten widerspiegelte, die Sie aufgeschnappt haben. Wie ging es Facebook und einigen dieser anderen Organisationen mit all den Unbekannten? Wie reagierten sie auf das, was die Leute sagten, was sie den Leuten erlaubten zu sagen und so weiter? Das Problem mit den sozialen Medienplattformen und ich denke, ein Jahr nach dem 7. Oktober sollten wir innehalten und nachdenken. Was können wir über unsere Sicherheit als westliche Demokratien lernen, die über diese sehr mächtigen, algorithmisch verbesserten Maschinen verfügen, die effektiv von einer terroristischen Gruppe gekapert wurden? Von der Hamas am 7. Oktober. Und was bedeutet das? Wenn Sie heute durch die Sicherheitskontrolle eines Flughafens gehen, wissen Sie, dass Sie Ihre Schuhe ausziehen und Ihre Flüssigkeiten aus dem Gepäck nehmen müssen. Und warum? Weil wir am Tag des Anschlags etwas gelernt haben. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es die gleiche Art von Bestandsaufnahme gegeben hat, wenn es darum geht, wie soziale Medienplattformen als Waffe der psychologischen Kriegsführung eingesetzt werden können. Was wir am 7. Oktober auf den großen Social-Media-Plattformen gesehen haben, ist, dass sie von der Hamas als Terrorwaffe eingesetzt wurden, um im Wesentlichen blutige Schnappschüsse von ihrem Angriff auf die israelische Zivilbevölkerung zu verbreiten. Dadurch wurde der Angriff weit über Zeit und Raum hinaus fortgesetzt. Das ist das Element der Nutzung dieser sozialen Medienplattformen als Mittel der psychologischen Kriegsführung. Interessanterweise hat CyberWell eine Leugnungskampagne vom 7. Oktober verfolgt, die bereits am 8. Oktober, also am nächsten Tag, begann. Auf Konten, die nur ein paar tausend Follower hatten, die im Nahen Osten und im Libanon ansässig waren, wurde getwittert, dass der 7. Oktober gar nicht stattgefunden hat. Oder nicht so, wie die Nachrichten darüber berichteten. Und wir sahen, wie diese Konten plötzlich verstärkt wurden und Millionen und Abermillionen von Aufrufen erhielten. In einem Datensatz mit 300 Inhalten, die CyberWell im ersten Monat nach dem Angriff am 7. Oktober als Leugnung des 7. Oktober überprüfte, erreichten diese Leugnungsinhalte 25 Millionen Menschen. Wir sprechen hier also von einer groß angelegten Desinformationskampagne nach einem der größten Angriffe auf die Juden seit dem Holocaust. Überlegen Sie einmal, was das für jede westliche Demokratie bedeuten könnte, die heute von einem Terroranschlag bedroht ist. Und das FBI hat mehrfach erklärt, dass die Gefahr eines ISIS-Anschlags in den Vereinigten Staaten höher ist oder unmittelbar bevorsteht. Sie haben gefragt, wie die sozialen Medienplattformen reagiert haben. Es war genau das. Sie war reaktionär. Es war vorübergehend. Vorübergehend gab es viel mehr Aufwand bei der Moderation von Inhalten. Vorübergehend haben sie eine Taskforce eingerichtet. Aber was sind die Schlussfolgerungen? Was sind die besten Methoden, um sicherzustellen, dass eine Entführung unserer sozialen Medienplattformen nie wieder passiert? Ich denke, dass es sich hierbei um eine Frage der nationalen Sicherheit handelt. Und jede westliche Regierung sollte sich dafür interessieren, was die sozialen Medienplattformen tun, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert. Aber haben Sie das Gefühl, dass zumindest die Leute, mit denen Sie sprechen und die einige Ihrer Empfehlungen umsetzen, mit der Reaktion einverstanden sind? Haben Sie das Gefühl, dass Sie mit dem, was Sie bekämpfen, sympathisieren oder behandeln Sie es als ein Nicht-Thema? Glauben Sie, dass Sie es ernst genug nehmen? Ich denke, dass es bei jeder Plattform gute Leute gibt. Und CyberWell ist heute ein vertrauenswürdiger Partner der meisten großen Social-Media-Plattformen. Und wir arbeiten direkt mit diesen sozialen Medienplattformen zusammen, um eine bessere Durchsetzung ihrer bestehenden Richtlinien zu ermöglichen und sogar ihre Richtlinien zu verbessern, um modernen Formen des Antisemitismus Rechnung zu tragen. So hat zum Beispiel Meta aufgrund des weit verbreiteten Missbrauchs des Begriffs Zionist auf Social-Media-Plattformen kürzlich seine Richtlinien aktualisiert, um anzuerkennen, dass dies ein Ersatzbegriff ist, um online über Juden zu sprechen. Und auch TikTok hat dies getan. CyberWell war an der Bereitstellung von Daten für diesen Entscheidungsprozess beteiligt und stellt immer noch Beispiele zur Verfügung, um die Online-Klassifikatoren zu trainieren, wie diese Informationen zu identifizieren sind. Ich glaube, dass es zwar Bemühungen gibt, aber in der Regel konzentrieren sich diese Bemühungen auf Dinge, die zu spät kommen. Richtig. Sie reagieren auf eine Krisensituation. Die Aktualisierung findet in der Regel auf politischer Ebene statt, während wir eigentlich die Technologie nutzen sollten, um diese Richtlinien in größerem Umfang effektiver umzusetzen. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass CyberWell sich seit dem 7. Oktober mit der Leugnungskampagne befasst. Denn wir haben diese Kampagne beobachtet und festgestellt, dass die Löschungsraten der sozialen Medienplattformen zu diesem Zeitpunkt bei 9% nach der Meldung lagen. Also weit unter dem Durchschnitt dessen, was wir erwarten würden. Und wie ich bereits erwähnt habe, handelt es sich um eine aktive Fehlinformations- und Desinformationskampagne, die dem verschwörerischen Denken der Holocaust-Leugner sehr ähnlich ist. Richtig. Die Sache ist die, dass die sozialen Medienplattformen eigentlich Richtlinien hatten, die sich mit dieser Art von Inhalten befassen sollten. Sie nennt sich Richtlinie zur Leugnung gewalttätiger Ereignisse. Sie gilt nicht nur für den Holocaust, sondern auch für die Schießerei in der Sandy Hook-Schule und den Völkermord in Ruanda. Technisch gesehen hätte es eigentlich ein leichtes sein müssen, sich die Richtlinie oder den Leitfaden anzuschauen und zu sagen, »Das ist ein verletzender Inhalt. Und wir werden ihn entfernen. Aber das ist nicht geschehen.« Er wurde Millionen von Menschen zugänglich gemacht, schürte den Hass und rechtfertigte radikale, aggressive Taktiken gegen die jüdische Gemeinschaft bei den Anti-Israel-Demonstrationen und wurde zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Als ich mit einigen der Kontaktpersonen bei diesen großen Social-Media-Plattformen sprach, sagte man mir, dass die Leugnung des 7. Oktober in der realen Welt keinen Schaden anrichtet. Das war eine Reaktion. Eine semitische Vergewaltigung in Frankreich. Sowohl an einem zwölfjährigen Mädchen als auch an einer etwa 30 Jahre alten Frau, die entführt und aus Rache vergewaltigt wurde. Eine der Hauptaussagen der Leugnungskampagne des 7. Oktober war, dass es während des 7. Oktober keine Vergewaltigungen gab. Inzwischen wurde auch Susan Sarandon auf der Straße angehalten und gesagt, das sei Propaganda. Es ist nie passiert. Diese Fehlinformationen und Desinformationskampagnen schaden also der realen Welt. Und die sozialen Medienplattformen verlassen sich auf externe Faktenchecker, die keine KPIs und keine Qualitätssicherung haben. Diese Drittanbieter können sich buchstäblich aussuchen, welche Inhalte sie überprüfen wollen. Und das geschieht auf manueller Ebene, nicht auf irgendeine Art und Weise im großen Maßstab, nicht auf eine Art und Weise, die Technologie einsetzt, um diese Richtlinien tatsächlich effektiv umzusetzen. Seit Cyberwells Arbeit an der Leugnung des 7. Oktober hat TikTok als erste Social-Media-Plattform anerkannt, dass die Leugnung des 7. Oktober verbotene Inhalte sind. Und seit dieser Entscheidung sind die Löschungsraten exponentiell gestiegen und liegen jetzt bei etwa 40 Prozent, was eher dem Durchschnitt dessen entspricht, was wir bei Online-Antisemitismus erwarten würden. Aber es hat sechs Monate gedauert, um dorthin zu gelangen. Richtig. Und genau das ist das Problem. Die sozialen Medienplattformen tragen eine einzigartige Verantwortung. Denn sie sind die Meister dieser algorithmisch gesteuerten Maschinen, die Informationen verbreiten, nicht nur Sprache, sondern auch Informationen, die Hass und extremistische Aktionen schüren. Und das ist es, was wir seit dem 7. Oktober online gesehen haben. Und wir haben gesehen, dass sich das direkt auf die jüdische Gemeinschaft in verschiedenen Diasporaorten, in den Vereinigten Staaten und natürlich in Europa auswirkt. Antisemitische Vorfälle haben zugenommen. Und zwar um 200 Prozent. Mehr als 61 Prozent der Juden haben laut den Statistiken der Antisemitismusbewegung seit dem 7. Oktober direkt Antisemitismus erlebt. Und wenn wir diese Informationen über Vorfälle, gewalttätige Vorfälle, Menschen, die mit Hass, Bigotterie und Diskriminierung an Orten konfrontiert werden, an denen sie sonst sicher waren, erhalten, schockiert das irgendwie das System. Aber für mich als jemand, der beobachtet hat, wie soziale Medienplattformen seit dem 7. Oktober diesen Judenhass an Millionen von Menschen weitergegeben haben, ist das keine Überraschung. Was online geschieht, schwappt direkt auf die Straßen über und macht die jüdischen Gemeinden heute unsicher. Der Online-Antisemitismus hat natürlich zwei Seiten, könnte man sagen. Da ist zum einen die Veröffentlichung tatsächlicher Inhalte oder die Aufstachelung zur Gewalt oder was auch immer. Und dann gibt es vielleicht auch noch das Vertuschen von Filmmaterial über antisemitische Proteste und Ausschreitungen an bestimmten Orten, um zu versuchen, die Opposition nicht so schlecht aussehen zu lassen, wie sie tatsächlich ist. Haben Sie, soweit Sie es beurteilen können, auch auf dieser Seite der Gleichung viel gesehen? Nun, wir haben auf jeden Fall gesehen, dass es aktive Bemühungen gab, die Reaktion zu verschleiern, insbesondere die BDS-Bewegung, die die Angriffe der Hamas bereits am 7. Oktober verstärkt und unterstützt hat. Diese Leute organisierten und verstärkten die Angriffe und borgten sich sogar Bilder von den Angriffen selbst, einschließlich des berüchtigten Gleitschirms, der motorisierten Gleitschirme, die über die Grenze kamen, um diesen terroristischen Massenangriff durchzuführen. Und das wurde zu einem Symbol für die BDS-Bewegung auf der ganzen Welt, um Proteste zur Unterstützung dieser Anschläge zu organisieren. Und ich denke, dass dies direkt zu einem anderen Trend passt, den wir seit dem 7. Oktober in den Online-Räumen beobachten können, nämlich die Normalisierung und Verbreitung von Pro-Terror-Inhalten. Und genau das, was wir online gesehen haben, und das Versagen der sozialen Medienplattformen, das, was als gefährliche Organisationen und Personen bekannt ist, oder ihre Anti-Terror-Politik online systematisch und effektiv durchzusetzen. Wir sehen das jetzt auf der Straße. Wir sehen das daran, dass Menschen mit Hisbollah-Fahnen, mit Hisbollah-Hemden auftauchen. Wir sehen das auch an einem sehr deutlichen Trend zur Verwendung des roten Dreiecks. Es ist ein Zielsymbol, das direkt aus der Hamas-Propaganda stammt, um zu kennzeichnen, wo ein israelisches oder jüdisches Ziel, ein Opfer, ein zukünftiges Opfer aus ihren Propaganda-Videos ist. Dieses rote Dreieck, das direkt aus der Terror-Propaganda der Hamas stammt, hat sich inzwischen normalisiert und wird in großem Umfang in Online-Bereichen und auch in den Anti-Israel-Lagern und bei Ausschreitungen verwendet. Und das hat nun dazu geführt, dass buchstäblich Drohungen für den inländischen Terrorismus eingebracht werden. In Opposition zu Bibi Netanyahus' Rede in Washington, D.C., vor einigen Monaten wurde das rote Dreieck in der Union Station mit der Drohung Hamas is coming besprüht. Dasselbe rote Dreieck wurde bereits mehrfach in verschiedenen jüdischen Gemeinden vandalisiert. Darunter auch in der jüdischen Gemeinde von Squirrel Hill, die Ziel der Schießerei am Baum des Lebens war. Dieses Symbol ist also dank sozialer Medienplattformen von sehr abgelegenen, pro-terroristischen Propagandakanälen auf unsere alltäglichen sozialen Medienplattformen übergesprungen und wird nun von diesen Demonstranten aktiv im Inland verwendet, um mit Terrorismus im Inland zu drohen. Und wo bleibt das Interesse der Regierung zu sagen, was tun sie gegen das rote Dreieck? Was tun sie gegen die Symbole der Hisbollah? Was tun sie gegen die Hamas-Symbole im Internet, richtig? Alles, was wir auf den Straßen sehen, könnte ein Vorbote dafür sein, dass es normalisiert und auf den großen sozialen Medienplattformen verbreitet wird. Sie erwähnten vorhin den Vergleich zwischen dem, was jetzt geschieht, und einigen der Informationen unmittelbar vor dem Holocaust. Das war natürlich sehr gut organisiert und koordiniert. Sehen Sie eine ähnliche Koordination durch Organisationen oder sogar staatliche Akteure, oder würden Sie sagen, dass dies hauptsächlich von der Basis ausgeht? Die fantastische Frage, wie Sie sagten, während des Dritten Reiches, und ich glaube, Deborah Lippstadt, die Botschafterin für die Bekämpfung des Antisemitismus in den Vereinigten Staaten, hat das am besten gesagt. Der Unterschied zwischen dem heutigen Antisemitismus und dem des Dritten Reiches besteht darin, dass es sich damals um staatlich geförderten Antisemitismus handelte, auch in Form von Massenkommunikation. Was Sie heute sehen, ist algorithmisch aufgeladener Antisemitismus auf den Mainstream-Plattformen der sozialen Medien. Und die Leute, die den Missbrauch unserer sozialen Medienplattformen organisieren, sind sowohl Organisationen, die vom Ausland finanziert werden, als auch die Länder selbst. Wie ich bereits erwähnt habe, hat sich CyberWell nach dem 7. Oktober in erster Linie darauf konzentriert, die Online-Leugnungskampagne vom 7. Oktober zu untersuchen und zu analysieren. Es gab mehrere Anzeichen für inauthentisches Verhalten, das heißt die Verstärkung von Bots. Plötzlich bekommt jemand, der nur ein paar tausend Follower hat, auf seinem Konto regelmäßig Inhalte über die Leugnung des 7. Oktobers getwittert. Jetzt bekommt er Millionen von Aufrufen für einen Tweet. Das ist ein wichtiges Indiz für inauthentisches Verhalten. Was wir also mit Sicherheit sagen können, ist, dass der Antisemitismus heute ein algorithmisch aufgeladener Antisemitismus ist. Die Leute, die unsere algorithmischen Maschinen missbrauchen, sind zweifellos sowohl Organisationen als auch ausländische staatliche Akteure. Es stellt sich also die Frage, was die Verantwortung der sozialen Medienplattformen ist. Und welche Verantwortung tragen die Regierungen der westlichen Demokratien, die die freie Meinungsäußerung lieben, aber erkennen können, dass der Missbrauch dieser Plattformen zur Normalisierung terroristischer Inhalte, zur Normalisierung von Hassinhalten, die dazu führen, dass ihre Gemeinschaften ins Visier genommen werden, und zu Fehlinformations- und Desinformationskampagnen, die Unruhe und Zerstörung säen und eine Gesellschaft destabilisieren sollen, an die Wand geschrieben ist. Das Problem ist, dass die Regierung meint, sie könne hier nicht eingreifen. Aber das kann sie sehr wohl. Wir haben noch nicht einmal angefangen, an der Oberfläche der verschiedenen Lösungen zu kratzen, die wir hier in unserem Gesetzesarsenal haben. Die Leute reden davon, dass Abschnitt 2.30 ein Schlupfloch ist. Das ist in der Tat so. In den letzten zwei Jahren wurde in den Vereinigten Staaten etwa 20 Mal versucht, ihn zu reformieren, und der Kongress hat es versäumt, eine Reform für Abschnitt 32 durchzuführen. Aber es gibt zahlreiche andere Gesetzgebungslösungen, von denen wir uns inspirieren lassen können und die auf Transparenz und Regulierung ausgerichtet sind. So wie sie regulieren würden, wie schnell eine Aktie auf dem Markt gehandelt wird. Richtig, es gibt Beschränkungen, um Kursmanipulationen zu verhindern. Dasselbe kann auch bei der Viralität von Inhalten passieren. Dies ist ein Jahr nach dem 7. Oktober ein guter Zeitpunkt, um nicht nur den schrecklichen Anschlag zu untersuchen, sondern auch die Art und Weise zu betrachten, in der unsere wichtigsten sozialen Medienplattformen, unsere Lieblings-Apps, von einer Terrororganisation missbraucht wurden und uns zu fragen, was wir tun sollten, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder passiert. Angesichts der Tatsache, dass es schon vor dem 7. Oktober eine ganze Reihe von Quellen für diese Art von Desinformation gab, wäre das nicht allzu überraschend. Wie die BDS-Bewegung, die Sie gerade erwähnt haben, oder Nachrichtenorganisationen wie Al Jazeera. Bei allem, was mit dem 7. Oktober passiert ist, bei dem neuen Rampenlicht, in dem Israel steht, müssen sich viele hochrangige Leute dazu äußern oder sich an Israels Kriegsanstrengungen beteiligen. Haben Ihre Nachforschungen irgendwelche überraschenden Quellen für diese Art von Desinformation gefunden, die wir sonst nicht erwartet hätten? Nun, ich persönlich hätte nicht erwartet, dass Al Jazeera eine der wichtigsten Medien der Leugnungskampagne des 7. Oktober sein würde. Die Leugnung des 7. Oktober ist die moderne Form der Holocaust-Leugnung. Die Hauptdarsteller behaupten, dass Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt nicht stattgefunden haben, dass Israel den Angriff inszeniert hat, oder dass es hinter dem Angriff steckt. Und warum? Weil sie letztendlich davon profitieren. Und Al Jazeera, eine der einflussreichsten Nachrichtenquellen im Nahen Osten, wenn nicht sogar in der ganzen Welt, hat über den arabischen Account von Al Jazeera getwittert. Als Israel etwas noch nie dagewesenes tat und das Bild von zwei kleinen Kindern veröffentlichte, die von der Hamas bei lebendigem Leibe verbrannt wurden, twitterten sie, dass es sich dabei um ein KI-generiertes Bild handelte. Ok. Es fehlt also nicht nur an Verantwortlichkeit und an Klarheit darüber, was wir von sozialen Medienplattformen erwarten, sondern auch, was wir von unseren traditionellen Medienplattformen erwarten, wenn sie diese Art von Fehlinformation und Desinformation twittern. Das ist also durchaus ein Problem, das wir gesehen haben. Insbesondere die Explosion im Al-He-Baptist-Hospital hat uns sehr überrascht. Diese wurde aufgrund der sozialen Medien fälschlicherweise Israel zugeschrieben. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine Fehlzündung einer palästinensischen Rakete des islamischen Dschihad handelte. Unsere großen Nachrichtenquellen haben aufgrund des Wettlaufs um den ersten Platz mit der Geschichte ebenfalls fälschlicherweise Israel die Hauptschlagzeile zugeschrieben. Und was interessant zu sehen war, Als das passierte, als die New York Times diese Schlagzeile fälschlicherweise veröffentlichte, haben wir online gesehen, dass dies einen Anstieg des Online-Antisemitismus auslöste. Der Hashtag Hitler hatte Recht und stieg auf Twitter sprunghaft an. Unmittelbar nach dieser Fehlinformation und speziell auf Arabisch stieg er um 29.000 Prozent an. Das Gewicht und die Macht von Fehlinformationen und Desinformationen und die Art und Weise, wie sie sich in einem aktiven Konflikt über die Plattformen der sozialen Medien verbreiten, sind also sehr stark an der Auslösung von Antisemitismus beteiligt, sowohl online als auch offline. Und was würden Sie sagen, ist das Endspiel, wenn dies koordiniert ist, wenn es Leute gibt, die viel Geld, viel Zeit und viele Ressourcen investieren, um dies in Gang zu bringen? Es geht offensichtlich um viel mehr als nur um hasserfüllte Menschen, die hier und da ihre Gedanken äußern. Geht es darum, Regierungen unter Druck zu setzen, mehr zu tun, Israel an den Rand zu drängen? Oder geht es einfach nur darum, Terror zu säen, schlicht und einfach? Oder gibt es eine andere Motivation? Ich möchte mich auf mein Fachgebiet beschränken, nämlich den Online-Antisemitismus. Ganz genau. Mit dem Export des radikalen islamischen Dschihad in die ganze Welt hat Iaon ganz offen gesagt, dass ein Teil dieser Kampagne darin besteht, Israel zu delegitimieren. Und das ist das Ziel der Boykott, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung, der BDS-Bewegung, seit dem ersten Tag. Ich denke, dass es an den westlichen Demokratien liegt, die die Meinungsfreiheit respektieren und die Sorgen über die humanitäre Krise in Gaza respektieren. Diese Bedenken sind legitim. Es ist in Ordnung, auf diese Sorgen aufmerksam zu machen. Und ich sage das als Israeli, richtig. Aber wenn sie auf ihrer Plattform völkermörderische Angriffe einer Terrororganisation feiern, dann haben nicht nur die BDS-Bewegung und ihre Anhänger den Faden verloren, sondern auch die westlichen Demokratien müssen verstehen, dass dies eine Bedrohung für die nationale Sicherheit ihrer Länder darstellt. Und sie müssen deutlich machen, wie sie mit diesen Menschen umgehen wollen. Selbst die Verhaftungen, die bei den Anti-Israel-Lagern vorgenommen wurden, haben in mehr als 50 Prozent der Fälle zu keinen Maßnahmen geführt. Okay, warum also? Wenn diese Leute buchstäblich eine Pro-Terror-Bewegung unterstützen, dann ist das ein Problem für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Aber wir können die Rolle nicht ignorieren, die soziale Medienplattformen bei der Verbreitung dieser terroristischen Inhalte, Fehlinformationen und Hassreden spielen, die diese Gruppen letztlich aktivieren. Natürlich ist es auch eine Sache, wenn Bots oder wer auch immer diese Art von Inhalten verbreiten oder die Zahlen künstlich aufblähen, aber konnten ihre Statistiken feststellen, ob sie tatsächlich den gewünschten Effekt hatten. Gibt es viele Menschen, die normalerweise nicht an diese Art von Material glauben würden und so weiter? Es ist also schwer zu messen, weil das sehr individuell auf den algorithmischen Feed von jemandem zugeschnitten ist. Aber ich kann Ihnen sagen, dass selbst wenn etwas fälschlicherweise durch Millionen von Aufrufen oder Millionen von Klicks verstärkt wird, selbst wenn dies durch einen Bot geschieht, es letztendlich den Algorithmus beeinflusst und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jemand dieser Fehlinformation und Desinformation ausgesetzt wird. Und ich erwähnte die Leugnung des 7. Oktobers, die großen Narrative. Wenn Sie jemanden auf einer anti-israelischen oder pro-palästinensischen Kundgebung aufhalten und mit ihm über Vergewaltigung oder sexuelle Gewalt am 7. Oktober sprechen, wird er Ihnen sagen, dass das nicht passiert ist. Sie glauben das wirklich, denn das ist es, was Ihnen in den sozialen Medien gezeigt wurde. Es ist wichtig zu verstehen, dass die meisten Menschen unter 30 Jahren die Plattformen der sozialen Medien als ihre primäre Nachrichtenquelle nutzen, als ihre Hauptnachrichtenquelle. Nun hat es das Gesetz versäumt, Social-Media-Plattformen wie einen Verlag zur Rechenschaft zu ziehen, aber objektiv betrachtet, sehen die Menschen diese Plattformen als Verlage, als ihre Hauptnachrichtenquelle an. Übrigens ist die wichtigste Nachrichtenquelle für die meisten Menschen unter 30 Jahren, wenn sie sich auf soziale Medien berufen, Twitter. Aber TikTok hat sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Und wenn sie sich TikTok ansehen, haben sie es mit einem sehr aggressiven Bestätigungsalgorithmus zu tun, der ursprünglich als ByteDance gedacht war, um sie bei der Stange zu halten, ihnen ein Lied zu zeigen, sie zu unterhalten. Nun, jetzt ist es zu einer Plattform für Bürgerjournalismus geworden. Wurde der Algorithmus in irgendeiner Weise angepasst? Ganz und gar nicht. Was macht es also? Er lässt sie ständig an Dingen teilhaben, die ihre Voreingenommenheit oder die Art und Weise, wie sie mit einem Algorithmus interagieren, bestätigen werden. Es soll sie unterhalten, nicht informieren. Und doch wird es objektiv betrachtet von den Menschen als Nachrichtenquelle genutzt. Das macht deutlich, wie dringend und wichtig dieses Thema ist und dass es hier nicht mehr nur um Online-Antisemitismus geht oder darum, wie die Plattformen genutzt wurden, um antijüdischen Snuff zu verbreiten. Dies ist eine Frage der nationalen Sicherheit und muss als solche behandelt werden. Okay, das ist so ziemlich alles, was ich an Material hatte. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendetwas, von dem Sie glauben, dass die Menschen da draußen im Cyberspace es nicht so genau wissen? Wenn wir uns mit der Situation des Online-Antisemitismus befassen, können wir eine sehr klare narrative Analyse durchführen. Wir verfolgen also nicht nur den Antisemitismus. Was bedeutet das für Sie? Ich kann Ihnen sagen, dass vor dem 7. Oktober die Mehrheit oder die führende Erzählung, die wir im Online-Bereich gesehen haben, Tropen über jüdische Macht, Weltherrschaft und Kontrolle waren. Eine Art klassische antisemitische Tropen. Das war die Hauptthematik, die wir online sahen. Seit dem 7. Oktober haben wir einen eindeutigen Trend zu offen feindseligen, antisemitischen Äußerungen beobachtet, in denen Juden als Feinde und als Böse bezeichnet werden. Und das ist eine Eskalation in der Art und Weise, wie die Menschen über das jüdische Volk denken. Die Menschen denken feindselig über das jüdische Volk als etwas, das von Natur aus Böse und ein Feind ist, der bekämpft und besiegt werden muss. Das ist der Punkt, an dem wir über die Besorgnis, über die Macht der Worte in Online-Räumen sprechen, die von Millionen von Menschen genutzt werden. Es handelt sich nicht mehr um einen Antisemitismus, der in Verachtung verwurzelt ist. Er wurzelt in einer fast pseudoreligiösen, offenen Feindseligkeit und dem Glauben, dass Juden böse sind. Und sie haben eine gute Frage gestellt. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Inhalte auf die Menschen einwirken? Ich kann Ihnen sagen, dass sie auf Juden wirken, richtig. Für die Mehrheit der jüdischen Amerikaner, weit über 60 Prozent von ihnen, die in den letzten zwölf Monaten Online-Antisemitismus erlebt haben. Einer von drei dieser Nutzer. Der jüdischen Nutzer, die Online-Antisemitismus erlebt haben, unternimmt aktive Schritte, um ihre Identität zu verbergen. Sowohl Online als auch Offline. Dies spiegelt sich auch in den jüngsten Umfragen des Kamm wieder. Etwa ein Drittel der Juden unternimmt nun Schritte, um ihre Identität aktiv zu verbergen. Das ist der Indikator und der Lackmustest dafür, ob der Online-Antisemitismus wirklich wirksam ist? Ist die Sache wirklich so schlimm? Die Antwort ist eindeutig. Das sehen wir nicht nur an der massiven Zunahme antisemitischer Vorfälle, sondern auch an der Erfahrung jüdischer Menschen selbst, die ihre Identität verbergen, die mehrere Konten eröffnen, eines, das ihre Identität nicht erkennen lässt, und die sich sogar ganz aus den sozialen Medien zurückziehen. Dies ist natürlich ein großer Grund zur Sorge für die jüdische Gemeinschaft, aber auch aus der Perspektive der nationalen Sicherheit. Und es erfordert eine wachsame Untersuchung dessen, was die sozialen Medienplattformen ein Jahr nach dem 7. Oktober tun. Talor Cohen-Montemajor, vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich danke Ihnen vielmals. Und jetzt haben wir Avi Melamed, einen israelischen Analysten und Autor von Inside the Middle East. Avi, danke, dass Sie hier sind. Würden Sie unseren Zuschauern zu Beginn vielleicht kurz erklären, wer Sie sind, was Sie tun und wie Sie zu dieser Arbeit gekommen sind? Sicher. Also, mein Name ist Avi Melamed. Ich bin ein ehemaliger israelischer Geheimdienstmitarbeiter und leitender Beamter für arabische Angelegenheiten. Ich bin der Gründer von Inside the Middle East, einem gemeinnützigen Institut, das eine politische, unparteiische Aufklärung über den Nahen Osten anbietet. Okay, wir nehmen also am Jahrestag des Terroranschlags vom 7. Oktober auf. Das hat offensichtlich viele Menschen unvorbereitet getroffen, als es geschah und mit den sich entfaltenden Ereignissen. Bei allem, was Sie im Nahen Osten sehen. Offensichtlich kämpft Israel seit langem gegen die Hamas und die Hisbollah. Aber abgesehen von den offensichtlichen Auswirkungen eines tatsächlichen Krieges, wie hat dies die Gleichung verändert? Wie Israel mit seinen terroristischen Bedrohungen umgeht? Wie die radikal-islamistische Welt mit Israel umgeht? Nun, sehen Sie, dieser ganze Angriff der 7. Oktober und alles, was danach passiert ist, wie Sie schon richtig sagten, kämpft Israel gegen verschiedene Herausforderungen aus verschiedenen Regionen in unterschiedlicher Intensität. Für Menschen wie mich, die die Ereignisse in der Region im Nahen Osten seit vielen Jahrzehnten professionell verfolgen, ist das eigentlich keine Überraschung. Man könnte sagen, dass es zu einem großen Teil an die Wand geschrieben war. Was wir heute sehen, ist fast unvermeidlich, weil das iranische Regime in Teheran leider in der Lage war, dieses Netzwerk von Terrorarmeen, die sogenannte Achse des Widerstands, im gesamten Nahen Osten zu schaffen und den Verlauf des israelisch-palästinensischen Konflikts weitgehend negativ zu beeinflussen. Gleichzeitig hat sie aber auch im gesamten Nahen Osten, in Syrien, im Libanon, im Jemen und so weiter, Unheil und Verwüstung angerichtet. Im Moment sehen wir also, dass die Bedrohung für den Staat Israel, aber nicht nur für den Staat Israel, so groß geworden ist, dass sie quasi explodiert ist. Und Israel kämpft jetzt, wie Sie sagen, gegen die Stellvertreter der Iraner und gegen die Iraner selbst, die, wie Sie wissen, in diesem Jahr zweimal direkte Angriffe auf Israel gestartet haben, am 13. April und am 1. Oktober. Wie Sie erwähnten, mit dem aktiven Widerstand. Ich denke, man könnte sagen, dass die Hisbollah und alles, was im Norden Israels vor sich geht, der Stellvertreter ist, auf den sich im Moment alle konzentrieren. Es scheint, als gäbe es jeden Tag eine neue Entwicklung, bei der ein hoher Befehlshaber ermordet wird oder eine neue Invasion stattfindet. In Ihrem Buch Inside the Middle East Entering a New Era, von dem ich ein Exemplar hier habe, schreiben Sie über den Libanon vor 2021 und einige der Probleme, die er hatte. Dies ist nur ein Zitat, das Sie dort geschrieben haben. Mit der Verschärfung der Krise im Libanon besteht jedoch die reale Möglichkeit, dass im Libanon massive Gewalt ausbricht und das Land in ein völliges Chaos gestürzt wird. Die Angst vor diesem Szenario ist greifbar. Und das ist etwas, das alle Elemente im Libanon, einschließlich der Hisbollah, vermeiden wollen. Damals hatte die Hisbollah den Libanon natürlich noch fest im Griff. Sie war wohl immer noch der am meisten gefürchtete Stellvertreter des Iran. Mit den jüngsten Entwicklungen ist das alles in Frage gestellt worden. Glauben Sie, dass mit dem, was Israel im Moment tut, ein solches Szenario eintreten könnte? Wenn die Hisbollah nicht am 8. Oktober auf Befehl der Iraner Israel angreifen würde, stünden wir heute vielleicht an einem anderen Ort. Aber die Hisbollah hat sich im Grunde selbst in die Enge getrieben. Als der Führer der Hisbollah, Nasrallah, nach dem 7. Oktober sagte, ich werde Israel so lange angreifen, bis es im Gazastreifen einen Waffenstillstand gibt. Und so kam es zu keinem Waffenstillstand im Gazastreifen. Und die Hisbollah stachelte Israel weiter an, sozusagen. Und dieser Prozess hat sich intensiviert und im Grunde genommen zu einem Punkt geführt, an dem die Hisbollah an einem Punkt ist, den sie im 6. Oktober nicht erwartet und natürlich auch nicht gesucht hat. Denn bis vor nicht allzu langer Zeit positionierte sich die Hisbollah als regionale Macht. Und das zu einem großen Teil zu Recht. Die Hisbollah hat nicht nur den Libanon als Geisel genommen, die Hisbollah ist auch in den Krieg im Jemen verwickelt. Sie ist in den Krieg in Syrien verwickelt, sie ist an den Geschehnissen in der Westsahara beteiligt. Und die Führer der Hisbollah haben nicht einmal versucht, das zu verbergen. Sie haben damit geprahlt. Und die Hisbollah hat sich als unsichtbarer, unbesiegbarer oder unbesiegter Faktor in der Region dargestellt. Jetzt befindet er sich in einer völlig anderen Lage. Und das hat die Hisbollah in ihren schlimmsten Albträumen vor einem Jahr nicht vorausgesehen. Und eines der interessanten Dinge, die wir heute im Zusammenhang mit dem Libanon sehen, sie haben aus dem Buch zitiert, ist, dass in der Tat jetzt viele der Libanesen, darunter übrigens auch viele Schiiten, die die politische Machtbasis der Hisbollah sind. Viele Libanesen sagen im Grunde, dass dies unsere Chance ist, unsere gestohlene oder entführte Souveränität wiederherzustellen, weil die Hisbollah den Libanon entführt oder als Geisel genommen hat. Es ist also sehr interessant zu sehen, wie sich diese Dynamik im kommenden Jahr entwickeln wird, nach dem, was mit der Hisbollah geschehen ist und wie sich die regionalen Spannungen und die Eskalation entwickeln werden. Aber wenn wir heute über den Libanon sprechen, würde ich sagen, dass dies das erste Mal ist und die Libanesen wissen das. Es ist das erste Mal in den letzten Jahrzehnten, dass die Libanesen sagen, dass sie wirklich eine Chance haben, endlich ihr Heimatland zurückzubekommen und ihre Souveränität wiederherzustellen. Das hat auch mit der Position der westlichen Mächte zu tun, inwieweit sie dem libanesischen Volk bei der Wiederherstellung seiner Souveränität zur Seite stehen werden. Alles, was ich dazu sagen kann, ist eine einfache Sache. Wenn es den Libanesen gelingt, ihre Souveränität wiederherzustellen, ist das eine gute Nachricht für den Libanon. Es ist eine gute Nachricht für Israel. Es ist eine gute Nachricht für die Region. Angesichts der Geschehnisse im Libanon und des israelischen Vormarsches waren viele überrascht, wie wenig Widerstand die Hisbollah geleistet hat. Die israelische Luftwaffe hat nach einigen Schätzungen bereits die Hälfte des Raketenarsenals der Hisbollah ausgeschaltet. Aber es bleiben immer noch Zehntausende von Raketen übrig, die die Hisbollah hätte einsetzen können, was sie aber nicht getan hat. Und das, obwohl sie im Moment scheinbar nichts mehr zu verlieren haben. Warum lässt die Hisbollah so lange auf sich warten? Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens würde ich sagen, dass die Hisbollah aus taktischen Gründen schwer angeschlagen ist, vor allem durch das tiefe Eindringen Israels in die geheimsten Anlagen der Hisbollah, wie die Raketendepots und den Aufenthaltsort ihrer Führung. Israel hat buchstäblich die gesamte Führung der Hisbollah ausgeschaltet, einschließlich Hassan Nasrallah. Die Auswirkungen all dieser Dinge sind in verschiedener Hinsicht enorm. Natürlich erinnern wir uns alle an die Geschichte mit den Paysian-Anschlägen. All diese Dinge haben die Hisbollah im Grunde schockiert. Trotzdem versucht sie nun, zu sich selbst zurückzufinden und ihre Struktur wiederherzustellen. Das ist immer noch eine sehr schwierige Aufgabe, insbesondere wenn Israel seine Angriffe auf die Hisbollah fortsetzt. Sie haben richtig erwähnt, dass die Hisbollah natürlich immer noch über beträchtliche Kapazitäten verfügt und wahrscheinlich auch weiterhin versuchen wird, einen Teil dieser Kapazitäten zu nutzen. Ein anderer Teil dieser Kapazitäten sind natürlich die Langstreckenraketen, die die Hisbollah besitzt, die sie aber nicht einsetzt, weil die Iraner ihr kein grünes Licht geben, um sie einzusetzen. Das Schicksal der Hisbollah hängt letzten Endes natürlich in hohem Maße mit der Geschichte des iranischen Regimes zusammen. Und im Moment bereiten sich das iranische Regime und die ganze Welt sozusagen auf die bevorstehende israelische Antwort auf den iranischen Angriff auf Israel am 1. Oktober vor. Natürlich sind alle gespannt, wie die israelische Regierung darauf reagieren wird. Vorausgesetzt, es wird eine Reaktion geben. Denn die israelische Regierung hat bereits angekündigt, dass es eine robuste Reaktion geben wird. Was wird also das Ergebnis dieser Reaktion sein? Wie würde die iranische Antwort auf die Antwort ausfallen? All diese Dinge sind natürlich miteinander verbunden. Und natürlich ist es in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung, welche Auswirkungen die Hisbollah haben wird, die, wie sie bereits sagten, ihren Widerstand fortsetzen wird. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass die Hisbollah-Leute ganz offen sagen, dass wir nichts gegen einen Waffenstillstand haben, was natürlich auf das Interesse der Organisation und das Interesse der Iraner hinweist, weitere Angriffe zu vermeiden. Denn mit jedem Tag, der vergeht, verliert die Hisbollah mehr und mehr Mittel. Und parallel dazu werden im Libanon Stimmen laut, die die Wiederherstellung der Souveränität fordern. Diese Stimmen werden immer lauter, ermutigt und gestärkt. Und für den Iran und die Hisbollah ist es eine schlechte Nachricht, dass die Hisbollah ihre Fähigkeit verliert, den Libanon weiterhin zu kontrollieren, wie sie es in den letzten Jahrzehnten getan hat. Sie müssen also zwischen diesen beiden Dingen navigieren. Sie haben erwähnt, was viele Libanesen fühlen. Der Libanon hat eine lange Geschichte von konfessionellen Kriegen und vor allem religiösen Spaltungen. Einer der Aspekte, der mich am meisten überrascht hat, ist, wie ruhig die libanesischen Streitkräfte und Samir Gehagea sich verhalten haben, zumindest nach dem, was ich gesehen habe. Er scheint zu sagen, dass ein Angriff auf den Libanon ein Angriff auf alle ist und so weiter und so fort, obwohl sie wohl am meisten davon profitieren würden, wenn die Hisbollah entmachtet würde. Was ist die Antwort oder der Standpunkt der maronitischen Katholiken dazu? Wie ich bereits erwähnt habe, ist das keine Überraschung. Eigentlich schon vor dieser ganzen Situation. Damals, während der sogenannten Zedern-Revolution im Jahr 2019, als die Libanesen auf die Straße gingen und die Wiederherstellung ihrer Souveränität forderten und die Hisbollah aufforderten, sich zu entwaffnen, was damals natürlich völlig aussichtslos war. Die libanesischen Streitkräfte, wie sie genannt werden, insbesondere die Christen, waren natürlich ein wichtiger Bestandteil dieses Protests. Aber gleichzeitig müssen wir uns daran erinnern, dass die nationale Strömung, die nationale Partei unter der Führung von Aoun, dem damaligen französischen Präsidenten und seinem Schwiegersohn Gibran Basile den Libanon tatsächlich in die Hände der Hisbollah gegeben hat. Sie legitimierten die Waffen der Hisbollah im Gegenzug für die Zustimmung der Hisbollah, dass Aoun Präsident des Libanon wird. Interessant ist jedoch, dass sie zuvor Samer Yayan erwähnt haben. Samer Yayan hat vor nicht allzu langer Zeit eine öffentliche Erklärung abgegeben und eine sehr feurige Rhetorik und Rede gehalten, in der er im Grunde das sagte, was die Leute in der Zedern-Revolution gesagt haben. Im Grunde sagte er der Hisbollah, sie können nicht ihren Willen durchsetzen, ohne den Rest der Libanesen zu konsultieren. Ihr müsst mit den anderen Libanesen zusammenarbeiten. Ihr könnt nicht einfach entscheiden, wann ihr Krieg oder Frieden haben wollt, was natürlich diese Ablehnung oder Opposition gegenüber der Hisbollah widerspiegelt. Aber ich denke, es gibt nichts, was im Moment weniger wichtig ist, und das ist die Tatsache, dass es nicht nur innerhalb der Christen und Maroniten, Drusen und Sunniten, sondern auch innerhalb der Schiiten, selbst im Libanon ist. Auch in der Führungsebene der libanesischen Schiiten mehren sich die Stimmen, die dem Libanon, der Hisbollah, sagen, es ist an der Zeit, die Sache zu beenden, denn ihr habt uns ins Verderben gestürzt und zerstört. Es ist an der Zeit, die Sache zu beenden. Es ist an der Zeit, dass die Hisbollah ein Teil des libanesischen Staates wird und nicht der Zerstörer des libanesischen Staates ist. Und das ist sehr bedeutsam. Es kommt aus den schiitischen Kreisen im Libanon selbst, einschließlich hochrangiger Führer. Einer der schärfsten Kritiker der Hisbollah ist übrigens der frühere Generalsekretär der Hisbollah, Subhi Al-Tufaili, der die Hisbollah immer wieder dafür geißelt, dass sie den Libanon gegen den Willen des libanesischen Volkes in diesen Krieg hineingezogen hat. Es wird also sehr interessant sein zu sehen, welche Auswirkungen dies auf die Hoffnung haben wird, dass der Libanon seine Souveränität wiederherstellen kann. Und nun rückt Israel in den Südlibanon ein. Das erklärte Ziel der IDF ist es, die Bedrohung zu neutralisieren, die die Hisbollah aus offensichtlichen Gründen an der Nordgrenze darstellt. Die Infrastruktur der Hisbollah an der Grenze zu beseitigen, die den Gemeinden schadet und die 60.000 Israelis dazu zwingt, Flüchtlinge in ihren eigenen Häusern zu sein. Aber zu diesem Zeitpunkt und angesichts der Reaktion der Hisbollah scheint es, als hätten die IDF zumindest die Möglichkeit, weiter nach Norden vorzudringen und die Hisbollah vielleicht ein für alle Mal zu erledigen. Ist das ein unwahrscheinliches Szenario? Das glaube ich nicht. Israel will die nördlichen Gemeinden Israels sichern. Die Bedrohung für die nördlichen Gemeinden Israels geht im Grunde genommen natürlich von der Hisbollah aus. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Der eine ist der Raketenbeschuss und der andere sind die Panzerabwehrraketen, die die Hisbollah eingesetzt hat und einsetzen kann. Und Israel muss diese Bedrohung beseitigen, damit die Menschen sicher in ihre Häuser zurückkehren können. Die Menschen werden nicht sicher in ihre Häuser zurückkehren, wenn sie wissen, dass die Radwan-Truppen der Hisbollah in der Nähe der Grenze sitzen und auf das Zeichen warten, Israel am 7. Oktober zu stürmen. Und die Israelis werden nicht an die Grenze zurückkehren, um in den Gemeinden im Norden zu leben. Wenn sie wissen, dass die Hisbollah in den nahegelegenen libanesischen Dörfern sitzt und sie mit Panzerabwehrraketen beschießt, die einen Bus treffen könnten, der Kinder zur Schule bringt. Israel ist also entschlossen, diese beiden Hauptbedrohungselemente zu beseitigen, das heißt die Präsenz der Radwan-Truppen an der Grenze und die Panzerabwehrraketen. Ich glaube nicht, dass Israel die letzten Raketen in den Händen der Hisbollah jagen wird. Und ich glaube auch nicht, dass er ist, dass Israel unbedingt die Raketen jagen wird, die Langzeitraketen, die Langstreckenraketen. Ich denke, dass Israel sich im Wesentlichen darauf konzentrieren wird, diesen ganzen Streifen in der Nähe der israelischen Grenze zu räumen. Es muss sichergestellt werden, dass die Bedrohung durch Raketen, Panzerabwehrraketen und die Bedrohung durch die Radwan-Truppen beseitigt wird. Und wenn die Hisbollah darauf besteht, weiterhin Raketen abzuschießen, wird Israel mehr und mehr Einrichtungen der Hisbollah zerstören. So hat Israel zum Beispiel in Dahiyah im südlichen Teil von Beirut große Waffen und Raketendepots der Hisbollah angegriffen, die im Herzen von Beirut und anderswo gelagert waren, wie in Bekaa im östlichen Teil von Libyen. Aber Israels Hauptziel ist es, wie ich bereits sagte, die Bedrohung durch die Radwan-Truppen in der Nähe der Grenze und die Bedrohung durch die Panzerabwehrraketen zu beseitigen. Offensichtlich ist die Hisbollah nicht der einzige Tentakel der iranischen Krake, man könnte auch sagen, dass Syrien gleich nebenan ist, dass die Hisbollah offensichtlich ebenfalls stark unterstützt. Bis jetzt hat Bashar al-Assad den Einstieg in den Konflikt hinausgezögert, obwohl die Hisbollah in Syrien so stark vertreten ist. Obwohl er für den Iran der geografische Korridor zur Hisbollah ist. Offensichtlich hat er selbst eine Menge Probleme. Aber natürlich hat Israel im letzten Monat eine viel beachtete Razzia in Nordsyrien durchgeführt. Es sieht immer mehr danach aus, dass Assad nicht in der Lage ist, seine Hände aus dem Konflikt zu halten. Wohin wird sich Syrien ihrer Meinung nach in Zukunft entwickeln, wenn alles so weitergeht? Nun, es ist sehr interessant, dass sie es genau angesprochen haben. Assad hat völlig verschwiegen, was mit der Hisbollah vor sich geht. Und wie sie schon sagten, hätte man angesichts der Tatsache, dass die Hisbollah einer der Hauptgründe dafür ist, dass Assad immer noch an der Macht ist, erwarten können, dass Assad sich zu Wort meldet und die Hisbollah ganz offen unterstützt. Und soweit ich weiß, hat er nicht einmal sein Beileid über die Ermordung Nasrallahs ausgedrückt. Es gibt also natürlich Gründe dafür. Sehen Sie eine Sache, die sehr klar war, war, dass Assad nicht gewillt war und nicht will, in einen großen Konflikt in Israel hineingezogen zu werden, weil er anscheinend versteht, dass dies das Ende seiner Herrschaft bedeuten könnte. Das ist also die eine Seite. Aber ich denke, dass sich im letzten Jahr auch die Informationen gehäuft haben, die darauf hindeuten, dass Assad nach Möglichkeiten sucht, die iranische Umarmung ein wenig zu lockern, sozusagen. Es ist also so etwas wie ein Zwischending. Einerseits ist er von den Iranern abhängig, andererseits hat Assad ein gewisses Interesse daran, die iranische Umarmung ein wenig zu lockern. Ein Teil davon wird übrigens, so glaube ich, durch Ressentiments und Unzufriedenheit unter den Alawiten in Syrien genährt, die mit der Präsenz der Iraner in Teilen ihrer Gebiete nicht so glücklich sind. Ich denke, das ist einer der Gründe für die Absicht Assads, sich ein wenig von der iranischen Umarmung zu entfernen. Im Hintergrund dieser Dinge steht natürlich auch der ganze arabische Vorwurf, dass die Araber rehabilitiert wurden. Diese wurde Assad formell gewährt, als er an der arabischen Liga teilnahm und in der arabischen Welt wieder willkommen geheißen wurde. Aber bis jetzt hat sich diese Rehabilitierung nicht in den massiven Investitionen niedergeschlagen, die Assad sich von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhofft hatte. Eine weitere interessante Beobachtung im Zusammenhang mit den aktuellen Ereignissen in Syrien ist, dass parallel zu dem massiven Schlag gegen die Hisbollah die freie syrische Armee wieder aufgetaucht ist. Und auch andere Faktoren der Rebellen, die dies wahrscheinlich als einen Moment des Aufschwungs für sie betrachten. Und dann gibt es noch eine weitere wichtige Komponente, die wir verfolgen müssen, und das ist natürlich die Türkei. Wir müssen abwarten, welche Auswirkungen dies auf die Beziehungen zwischen Erdogan und Assad haben wird, die in den letzten Jahren auf und abgegangen sind. Es wird also sehr interessant sein zu sehen, wie sich die Dinge in Syrien weiterentwickeln werden. Es ist klar, dass die Iraner versuchen, ihre Präsenz und ihren Einfluss in Syrien aufrecht zu erhalten und sogar auszubauen. Es wird also sehr interessant sein zu sehen, welche Auswirkungen die Schwächung der Hisbollah und die gleichzeitige Schwächung des Mullah-Regimes haben werden. Ja, Sie haben in Ihrem Buch erwähnt, dass der Dreh- und Angelpunkt dieses iranischen Ökosystems die Agenten und Stellvertreter des Iran sind. Sie sind auch die Achillesferse der hegemonialen Bestrebungen des Mullahs. Und Sie sagten später, dass das wichtigste Glied in diesem Ökosystem der Stellvertreter Syrien ist. Es sieht sehr danach aus, dass die Hisbollah zumindest eine Umstrukturierung, wenn nicht sogar eine Revolution im Libanon bevorsteht, wie Sie erwähnten. Sie haben erwähnt, dass Assad versucht hat, die Umarmung zu lockern. Wenn die Hisbollah ihre Macht und Autorität verliert, wäre das wahrscheinlich ein Anstoß dafür. Wie der Iran auf den laufenden Krieg reagiert hat, versucht er vor allem seine Beziehung als Anführer der Achse des Widerstands aufrechtzuerhalten. Er schickt Raketen über die arabische Halbinsel, um Israel direkt anzugreifen. Aber wenn sich der Libanon und oder Syrien aufgrund des Krieges aus der Umklammerung des Irans lösen sollten, glauben Sie, dass wir dann eine aktivere Beteiligung des Irans an der Schadensbehebung sehen könnten? Das ist eine offene Frage. Ich meine, das hängt zum großen Teil von der Position der westlichen Mächte ab. Und ich hoffe, dass dieses ganze Jahr und all diese dramatischen Ereignisse ein für allemal dazu führen werden, dass die westlichen Entscheidungsträger, ich würde nicht sagen verinnerlicht haben, denn ich denke, sie wussten, die westlichen Entscheidungsträger wussten um die Bedrohung, die von den Iranern ausgeht. Aber ich hoffe, dass es die westlichen Politiker ein für allemal dazu bringen wird, eine viel entschlossenere, kompromisslosere und sogar härtere Politik gegenüber der Bedrohung zu verfolgen, die das Mullah-Regime für die Region darstellt. Im Großen und Ganzen ist das, was wir jetzt sehen, eine Chance, die sehr instabile Realität im Nahen Osten entscheidend zu verändern. Und vor allem, wenn Sie über den Libanon, Syrien, den Irak und den Gaza-Streifen sprechen, wurde dieser von den Iranern und der Achse der Stellvertreter diktiert. Dies ist die Gelegenheit, diesen Kurs zu ändern und die Voraussetzungen für eine viel stabilere Realität und Bedingungen vor Ort zu schaffen. Aber das erfordert eine sehr klare, entschlossene und kompromisslose Politik der westlichen Mächte gegenüber dem iranischen Regime und der Bedrohung, die es darstellt. Ich meine, die Weltwirtschaft hat nach den Angriffen der Houthis im Roten Meer und in der Straße von Babel-Mandev erheblichen Schaden genommen. Es ist also auch für die westlichen Mächte an der Zeit einzugreifen und gegenüber den Iranern wirklich sehr viel energischere, entschlossenere Maßnahmen und Entscheidungen zu treffen, um im Grunde zu zeigen, dass dies ein Moment der Veränderung ist. Die Spielregeln haben sich geändert und dies ist der Moment, in dem wir uns auf eine hoffentlich stabilere Realität vor Ort zubewegen. Aber das ist eine offene Frage. Ich wünschte, ich könnte mit Bestimmtheit sagen, dass ich glaube, dass dies geschehen wird. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Wir müssen abwarten, wie sich die Dinge entwickeln werden. Was glauben Sie, welches Land oder welche Gruppe von Ländern am ehesten bereit wäre, der Hisbollah zu helfen oder den Libanon oder Syrien wieder aufzubauen oder ähnliches? Das iranische Regime wird eindeutig versuchen, so schnell wie möglich seine Kontrolle über den Libanon durch die Hisbollah wiederherzustellen und auch seine Fähigkeit weiterhin zu diktieren, indem es den israelisch-palästinensischen Konflikt anheizt, denn das ist das Interesse des iranischen Regimes. Man kann also davon ausgehen, dass das iranische Regime versuchen wird, all diese Dinge zu tun, um die Hisbollah, die Hamas und andere so schnell wie möglich wieder aufzubauen. Und das ist genau der Punkt, an dem wir über die westlichen Mächte gesprochen haben und darüber, dass sie dazwischen gehen und dafür sorgen müssen, dass das nicht passiert. Ich meinte eher, wenn es eine Revolution gäbe und der Libanon nach ausländischen Unterstützern suchen würde, glauben sie, dass man dann die EU oder die Türkei oder eine andere Gruppe bitten würde, sich zu engagieren? Sehen Sie, wenn Sie das Szenario eines innerlibanesischen Machtkampfes, eines gewaltsamen Machtkampfes betrachten, könnten Sie natürlich die Beteiligung äußerer Mächte in Betracht ziehen. Die Türkei ist definitiv eine mögliche Option, da es im nördlichen Teil des Libanon eine große sunnitische Bevölkerung gibt, auch wenn ich mir nicht sicher bin, dass die Türkei sich mit dieser heißen Kartoffel beschäftigen wird. Aber dies ist ein Beispiel dafür, dass wir über die Beteiligung westlicher Mächte wie Frankreich nachdenken müssen, dass eine sehr lange, tiefe Verbindung zum Libanon und insbesondere zu den Christen im Libanon hat. Die Vereinigten Staaten. Mit anderen Worten, wenn es zu einem solchen Szenario käme, wäre das ein Test für die Entschlossenheit der westlichen Mächte, eine neue Seite in der Geschichte der Region aufzuschlagen, in dem Sinne, dass sie es nicht zulassen, dass der Iran weiterhin das Schicksal und die Richtung der Region diktiert. Es könnte also durchaus eine Situation entstehen, in der solche Mächte involviert sind. Ich sehe nicht unbedingt, dass die Iraner direkt in ein solches Szenario involviert sind, um die Hisbollah zu retten. Sie werden natürlich auf andere Weise versuchen, Druck auszuüben. Auf andere Weise, nicht unbedingt im Libanon, aber anderswo. Sie werden wahrscheinlich die gleiche Taktik anwenden, mit der sie nach dem 7. Oktober versucht haben, die Hamas zu retten, indem sie ihre verschiedenen Stellvertreter in verschiedenen Teilen der Region aktiviert haben. Aber das iranische Regime ist ein sehr wichtiges Merkmal und das ist, dass das iranische Regime sehr gerne alle anderen geopfert hat, außer den Iranern selbst. Ich sehe also nicht, dass sich an dieser Eigenschaft etwas ändern wird. Eine letzte Frage. Da die Unruhen in der Region zunehmen, sprechen Sie von Europa. Viele Menschen denken wahrscheinlich daran, dass, wenn der Libanon oder Syrien oder einige dieser anderen Gebiete im Norden unbeständiger werden und die Kämpfe zunehmen, die Flüchtlingskrise wieder zunehmen könnte und sich Hunderttausende von Flüchtlingen wieder auf den Weg nach Europa machen könnten. Glauben Sie, dass das eine Rolle dabei spielen könnte, wie Europa oder der Westen reagiert? Sprechen Sie von den syrischen Flüchtlingen? Nun, syrische Flüchtlinge oder libanesische Flüchtlinge. Wenn es dort zu kämpfen kommt, würde die Zahl der Menschen, die versuchen, von dort wegzukommen, natürlich stark ansteigen. Und da Europa an der Hintertür liegt und auch die Türkei, wäre das für viele Menschen eine natürliche Option. Ja, natürlich. Ich meine, wir wissen bereits, dass die von Ihnen erwähnte Geschichte der Flüchtlinge einen erheblichen Einfluss auf die Türkei hat. Und übrigens, im Moment gibt es Berichte über, ich weiß nicht, um die Zahlen zu sagen, schätzungsweise Tausende. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber es gibt Berichte über viele syrische Flüchtlinge, die sich im Libanon aufhielten und nun in den Norden Syriens fliehen, in die Gebiete, die von den türkisch unterstützten Rebellen kontrolliert werden. Und es ist möglich, dass sie als nächstes an die Türen der Türkei klopfen werden. Wobei ich nicht weiß, ob die Türkei unbedingt die Tür öffnen wird. Aber auch, und das ist nicht weniger wichtig, sollten wir uns daran erinnern, dass Jordanien, wie sie bereits erwähnt haben, mit einer massiven Herausforderung durch die syrischen Flüchtlinge zu kämpfen hat. Ich weiß nicht, ob sich diese Herausforderung noch vergrößern wird. Das ist ein mögliches Szenario, das wir ebenfalls in Betracht ziehen müssen. Ich meine, in einem solchen Szenario, in dem alle Karten auf den Tisch gelegt werden, könnten wir auf jeden Fall erwarten, dass die Flüchtlingsfrage zu einem wichtigen Faktor wird. Das betrifft im Grunde die Gestaltung dieser neuen strategischen oder geostrategischen Landschaft der Region. Und insbesondere, wenn Sie über den gesamten Komplex von Syrien, Jordanien, Libanon und der Türkei sprechen, wie Sie bereits erwähnt haben. Avi Melamed, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Ich danke Ihnen für die Einladung. Auch wenn der Krieg im Nahen Osten nun schon über ein Jahr alt ist, gibt es immer noch einen massiven Nachhall in der israelischen Gesellschaft, im Nahen Osten und in der Welt insgesamt. Wir von der Posaune gehen davon aus, dass Israel ein zunehmend wichtiges Land von geopolitischer Bedeutung sein wird, das sowohl in seiner unmittelbaren Nachbarschaft als auch auf der Weltbühne an den Rand gedrängt wird. Wenn Ihnen die heutige Sendung gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie sie mögen und abonnieren. Sie können uns auf YouTube, X und Rumble folgen.